Wenn ich zu Anfang beim ersten Mal sage, das ist jetzt mir ein bisschen viel, dann kann das beim dritten Mal schon so sein, dass ich sage, ja, okay. Oder die Menschen sind unterschiedlich im Kurs auch. Der eine sagt, das ist jetzt total bitter und der andere sagt, ist gar nicht bitter. Für mich ist es jetzt nicht bitter. Und für jeden ist das auch dann anders. Und es ist schon gut, sich an dieses Bittere auch zu gewöhnen, weil das ist ja das, was den Körper auch entgiftet. Und die Bitterstoffe geben einen Reiz zum Gehirn, dann geht der Reiz zum Magen. Es wird mir Magensäure produziert und besser verdaut. Oder auch, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gundermann habe, der Magensäure auch gut abpuffern kann. Also ich hatte schon mal einen jungen Mann, der auf mich zugekommen ist, der Magenschmerzen hatte. Und dann habe ich zu ihm gesagt, komm, wir gehen hinter das Zell, da ist das Kaut, was du brauchst. Und nimm das und sag mir morgen, wie es dir damit geht. Und dann kam er wieder und sagt, das ist besser. So, und diese starke Heilwirkung darin hat mich einfach auch fasziniert. Ich kann also eine Heilnahrung herstellen für mich aus der Natur, so wie ich sie in der reinsten Form nirgends im Laden kaufen kann. Die Wildfansen haben allein nur von den Mineralstoffen her und von den Vitaminen das x-fache mehr als das Kulturgemüse. Und mir ist aber auch noch wichtig, ich bin ja auch ausgebildete Geomantin, Geo-Studie.